ja ja okay in einem Moment ich tue kurz das Land an dann bauen wir doch mal schnell in den Feld rüber damit man zwischendurch laufen kann ich habe gerade zwei Sticky Gears und zwei Buffalo Island Keys habe ich gerade gleichzeitig bekommen also wenn ihr wenn ihr Buffalo Island Keys habt und braucht also bei mir gibt es ja so einen Shop und da kann man die Früche holen oder ich kann euch welche einfach so geben klar da wird ja verkauft wird hier richtig für Geld Crashboard ja ich bin ehrlich ein Iron-War-Expert 40k oder so ja dann habe ich 50k aus in der Hand nice am besten ist du gibst dir dem Thread in die Hand ja das ist vor allem hier liegen so hast du ja auch 8 Schichten da mit gebaut hat jemand Gold? ne wir haben kein Gold hat von euch jemand Gold irgendwie? hast du nicht bekommen einen Gamer? ähm ich hab nur ein Stück ich brauche aber ja gerade Gold hab ich ja gesagt oh Pink Slime-Wall ne weil nämlich der Lol hat ja geschrieben ob jemand Gold hat ähm also ne alles gut alles gut achso wie heißt du nochmal? äh Quitschi äh Quitschi du kannst du kannst einfach Ausrufezeichen Infos in den Chat schreiben äh wenn du isst also wenn du irgendwas isst genau Ausrufezeichen Infos in den Chat und dann kommst du direkt auf mein Profil ja da siehst du Link dringend drückst du drauf cool kann sein dass du das bei Twitch da oben rechts auf die drei Punkte drücken musst und dann ähm dann verstehe ich wie man kann und dann auf äh in Desktop Anzeigen oder so ja dann verstehe ich aber wie kann man überhaupt Schaden nehmen äh dann kannst du das äh mit dem Slime von dem Profil kommst du da hin oder du gehst auf in Chrome öffnen oder so aber mit dem Link kommst du auf jeden Fall auf mein Roblox Profil achso stimmt ich wollte dir ja noch die Dinge geben mit die Onions ja ja lass gut Deutsch ok ich werde auch ein paar Onions rechte als Heilung nehmen ok jetzt habe ich fünf sticky Gears das reicht dann komm ich mal zu mir ok so jetzt gucken wir noch mal ganz schnell jetzt haben wir doch genau jetzt haben wir Holz es fehlt an Eisen ich geh mal schnell hier hoch an meine Kiste ach da kommt so viel Stein achso wahrscheinlich war du hier auch Tisten gebaut warum ist da so viel Stuhl sag mal achso alles gleich habe ich Kohle und Eisen hier sind Alkohle und Stein oben hingestellt achso also da sind hier zwei ja jetzt bin ich der andere hier achso ok ich bin der Gelbe ich bin der Gelbe ja das Nerven ist voll das stimmt das das geht recht schnell ähm vorhin hat auch einer lange 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 gebraucht bis hier mit drauf gekommen ist das kannst du nur klickern hören so was ich mal auf jeden Fall Eisen hopp und jetzt guck ich nun mal hier muss ich Eisen einschmelzen ne hier muss ich Eisen einschmelzen so oh what the heck was ist das wie viele da sind ich bin okay ich trinke da mal ein Schluss während du das Eisen einschmelzen ey ey das ist schwer mein Freund ist gerade bei getreten der hat richtig viele gute Sachen was der Gamer oh es legt zu heftig weiss ich auch nicht wieso wenn man jetzt hier wenigstens eine Taste hätte dass man eine Schnelltaste hätte irgendwie ne Och hier ist noch mehr ich bin gespannt wenn ich dann irgendwie wirklich Eisen und Kohle nur zusammen in den Ofen schmeißen kann dann kann ich ja gleich in die Kiste geschmolzenes Eisen reinpacken aber da müsst ihr mal gucken den Industriellen Melder achso ich hab heute eine verkauft warte ich kann mal gucken ob ich die eine machen kann ja ich hab ja noch ich hab ja schon wieder eine ich hab mir eine neue gefarmt es gibt halt so ne Sache die regt mich richtig guck mal meine Insel an ich komm mal rüber ich hab einfach 2.801 Iron Ore und ich bin zu faul das zu verprellen kannst du das nicht in einem industriellen Ofen machen kannst du mir doch geben ich hab keinen mehr ich hab die verkauft wuhuhu ja das war was du hast die Öfen verkauft ja für richtig viel ah mein Freund hat mich eingeladen der hat richtig viele Sachen wie viel hat wie heißt er ja ähm irgendwas mit Luffy leeres ach er hat sein Skin Gain dort wieder kann ich 3 industrie Chests haben ja bestimmt weg haben du kannst mir welche geben ach ach weißt du Luffy wie leerer ja das da ich hab grad ich hab grad mal eine und bin grad dabei welche zu bauen weil das Problem ist diese Dinger zu bauen ist ja schon da musst du sehr sehr fleißig sein er ist auch in deinem Stream er ist auch in deinem Stream ach er ist ähm er ist dieser Gamer ach okay achso nein so hier erstmal craften ich hab ne Menge na komm dann geh ich mal ich mach noch neun Eisen dann mach ich noch ne zweite Kiste das mach wir jetzt noch das mach wir jetzt noch stimmt ich brauch 10 Gold das macht man eigentlich ich bin dickiger die neunen Kippe auch noch hin also da kann ich halt was craften so ne Maschine wow was für die Helle 1.3.180 Euro ich kann ja mal gucken ob ich ne Industrial Furnace irgendwie hingebaut kriege ach du heilige ok nice ah ok hab ich schon recht gegeben das wär schon cool dann könnte ich das nämlich von oben runter bauen dann würde ich einfach ne Industrial Furnace hin machen und danach die Kiste erst und guck mal was ich hinkriege er hat halt so viele Sachen zum Beispiel Iron ist echt krass soo dann wollen wir hier ja kriege ich durch die ganzen ich hab einfach durch die ganzen ohne uns insgesamt 3.180 Euro gekriegt nice ach siehste Pink Sticky Gears brauch ich wo kriege ich denn das schon wieder her äh hier Pink Sticky Gears ich brauch Eisen kriege ich die von hier ist die Pink Sticky Gears eigentlich was wert Pink Sticky Gears was ist was wert Pink Sticky Gears das ist Fens leider Pinky ist was wert aber Sticky Gears das sind ja erstmal Zahnräder also man kann ihn halt verkaufen für 300 bei diesen Dingen da wie baut man denn Zahnräder mal ganz kurz zwischenein gefragt ihr könnt mal Gamer fragen der weiß es immer Pinky Gears 25.000 Coins wird ja aber die Frage ist wie baut man denn die äh die musst du kriegen wenn du Slimes killst zum Beispiel ähm wenn du einen grünen killst dann kriegst du halt grünen wie die kann man die nicht selber bauen nein kann man nicht ach komm hör auf ach komm nein also muss ich mir beim erst mal in den Adventure Mode zu gehen dann muss ich mir bei dem Adventure eine Sache kaufen oder was ja diesen Schlüssel da Slime Island Key keine Frage was kann ein Buffalatom dann kaufe ich mir damit ein und das ist grad ein bisschen schlecht geworden das ist halt absolut hart ne Arbein hey der ist Slime das geht mir grad ein bisschen auf den Sack jetzt hin oder was können sie noch droppen ähm Gold und ähm Buffalo Crystals ich hab sogar gestern einen Buffalo Crystal bekommen hab ich ja glaub ich schon gesagt wieso finden die keinen Schaden von meiner Waffe ähm das ist da einmal die kriegen Schaden aber man sieht das noch nicht also man sieht nicht oh man ey das gibt mir ja grad auf dem Beutel geht mir das na dann kann ich erstmal nur der muss ja irgendwie verpackt sein der hat schon gefühlt 100 Schläge ins Gesicht gekriegt dann kann ich erstmal nur Kisten bauen das alles nicht wenn man ein Holzschwert hat dann dauert es sehr lange hab Gold auch bekommen hab ich gesehen Pikachu Lila hat mich gefunden ich finde die und die blauen und die riesen haben kann ich okay dann machen wir erstmal kann ich mit einem Allen Key dann immer dahin ähm ja also du brauchst immer einen also der verschwimmt jetzt immer warte mal was wollte ich eigentlich machen ich wollte noch eine ja Gold auch bekommt so jetzt haben wir erstmal zwei so eine Kisten und äh jetzt guck mal ähm ja Industrial Chest da brauchen wir da brauchen wir da brauchen wir oh nochmal ein Könvejo dafür da brauchen wir also auch einige dafür brauchen wir Stealrotts oh alter ich hab bald ich hab 2.000 wie lange das dauert hier oh wie viele Stunden denn man da investieren kann ne und ich weiß nicht wie ich das verbrennen soll einfach um die rumlaufen klappt schon oh oh ne ey und wie viel Eisen alleine dafür brauch ich erstmal noch Stil oh 5 Stilrotts oh das ist nicht dein Ernst oder und allein dafür brauch ich schon 125 Eisen ja Leute ich hab letztes mal eine Fehler gemacht zu viel Eisenbarren zu verkaufen ich brauche das ist irre stimmt ich kann ja Eisenohr verkaufen ne oder nicht die Barren kannst du glaub ich verkaufen ja man kann alles verkaufen also Fakt ist ich brauche jetzt Eisenbarren das ist unglaublich wie viele Eisenbahren ich brauche wie brauchst du dann? na 300 Eisenbahren brauch ich locker ja das hatte ich fast gestern ich kann dir ganz viel Eisen geben am besten kann man die Sachen verkaufen mit der Drake Maschine ich will das nicht verkaufen und die fahren grad Gold für uns ich wills nicht verkaufen ich wills nicht verkaufen Gamer hast du vielleicht 10 Gold ich wills haben die verstehen mich alle nicht guck mal hör mal die verstehen mich nicht wie kann man denn das jetzt so falsch verstehen ich wills nicht verkaufen und macht Gold und macht Gold an schreibt ja Gamer warte mal Gamer wie war nochmal Gamers Name? ähm Luffy 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 das haben wir doch auf jeden Fall schon mal gehabt warte Luffy Luffy okay du hast sie nicht schockt dann beklaut mich doch schon jetzt gleich oder macht er auch was kaputt jetzt oder? ähm da will glaube ich was hinbauen ähm er hat eine nice schöne Mütze hat er auf er ändert immer sein Skin und er hatte am Anfang wo ich ihn halt gekannt hab hat er den ich fand ihn also sein Skin ich fand den so lustig der hat bestimmt Robux dafür installiert oder kann man den selber bauen nein ähm für Robux Benzenheimer ist im Spiel beigetreten guck mal einer an Gau' mal einer an die besten Liste geht und dann auf sein Pink Gear ist 300k wert Pink Gear ist 300k wert schreibt da jeder das stimmt glaube ich das stimmt nicht ja? was musst du eigentlich wenn man stirbt? ähm dann behaltest du alles und kommst zu deiner Base na ok naja wirklich sterben würdest du hier auch nicht denn du musst halt nur die Sachen neu fahren also wo du hin gekommen bist ja du musst dann wieder dahin ich fahr mir grad dieses Wofür Ich muss mal eben was essen. Achso, ich dachte schon, du meinst in echt. Das ist übrigens auch geil, das ist auch eine ganz falsche Sache. Weil mein Sohn muss morgen nämlich wieder in die Schule. Deswegen müssen wir heute ein bisschen eher Schluss machen auch. Aber wir haben ja auf jeden Fall es weit gebracht. Also ich finde schon. Also ich hab Ferien. Ich muss auch laufen. So, ich komm mal gucken. Da will mir bestimmt was zeigen. Wenn da wie so ein Hündchen vor mir umspringt. Ich komm morgen eh nicht aus dem Bett. Was hat er denn gemacht hier? Oh, danke, er hat mir Eisen reingelegt. Gibt aber auch sehr viele Sachen. Oh, er legt immer mehr Eisen rein. Er legt immer mehr Eisen rein. Das hört gar nicht auf. Danke! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Nimm, 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 nimm. Aber egal wohin ist. Danke! Auf jeden Fall dafür. Das ist eine richtig, richtig gute Sache gewesen gerade. Und jetzt. Kann ich. Heute hat er auch mal einen Shop gemacht. Und ich dachte mir dann so richtig cool. Den Sohn will ich auch machen. Dann habe ich auch so einen ähnlichen, jetzt nicht so ähnlich, aber schon ordentlich. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Steel Rods, ich baue noch ein paar mehr. Ich zieh mal die Kohle weg. Das ist, ähm, ein Büffelox. Ihr könnt doch nicht immer nur ans Geld, ihr könnt doch nicht immer nur ans Geld denken. Das muss doch immer was anderes möglich sein. Wir müssen auch irgendwie unser Geld machen. Sucht euch einen Job! Okay. Ich möchte doch lieber weiter mit einem Eisenmonster umbringen. Steel Rod für ein Band. Okay, ich bin gerade auch in dem Ding hin. Aber Farmen ist doch manchmal schon ein Job. Schon, ja. So, ich habe den Dach hier, äh, Dings erstmal gebaut auf jeden Fall. Oh Gott. Mach noch ein bisschen mehr. So. Okay. Ich geh jetzt mal auf die Insel von dem Levi-Lavi-Lavilereras mir anschauen, ja? Lavi-Lavi-Wizard. Wo ist es? So, nice! Was ist das? Danke! Danke! Okay, nice, Ehre. Also, jetzt gucken wir uns mal von Levi-Lavilereras. Alter, guckt euch das an! Guckt euch das einfach mal an, wie geil das aussieht! Guckt mal an dir! Was ist manche Leute einfach für ein... Was ist die für ein, für ein, für einen geilen... Oh. Wie kreativ die sind, ne? Ich habe so wenig lebt. Ich brauche so einen Autoklicker, damit das alles von alleine macht. Stonebrick. Stonebrick. Für 5 World Coins! Oh, guck mal hier unten! Oh, die Bärenbüsche! Was ist das für eine Anlage da unten drunter, ey? Egal, ich brauche so eine Anlage, die macht mir Schaden. Zieht euch das rein? Alter, wie krass! Wie heißt der, ich tropple eigentlich so ein Buffer aus Kristall. Ähm, das kannst du Gamer fragen, ich kenne mich damit nicht auch. Was geht denn hier steil? Zieh das jetzt mal rein! Da läuft der oben runter und sammelt hier Bären. Ich glaube, wegen der Ruhe wieder. Ich bin, äh, ich bin ja bei Levi hier bin ich gerade. Mir guckt mir gerade mal an, wie einer Bären sammelt. Der Crash steht hier. Ja, das bin ich. Und André hat mir gerade über Discord geschrieben, dass er jetzt Eisenfarm geht, da bei YouTube schaut und jetzt vom Discord geht. Ah, ja. Ja, okay. Ja, Gold haben wir tatsächlich immer noch nicht, ne. Aber... Ich fahre mir gerade Gold, aber weiterhin. Irre, irre, irre. Ich stimme da. Jetzt gehen wir hier runter. Alter, anstrengend. So, hier... Das ist auf jeden Fall... Hier unten fällt das ganze Zeug rein. Und jetzt ist das der Zwiebeln, ne? Hier sieht man, wie das daneben fällt, ne? Oh. Also bald, wenn ich meine Etage und Reflekte gebaut hab, dann... Wenn sie daneben fallen, was passiert denn dann? Aber nicht so viel wie bei Gamer. Da kommt pro Sekunde ein Stück raus. Schau mal, er macht das genauso, wie ich mir das vorgestellt hab. Das ist jetzt kein Witz. Der schmeißt die runter, dann fallen die hier unten hin. Dann fallen die hier unten rein. Und dann fallen die... Genau, dann fallen die hier einfach auf da drauf. Und dann fallen die hier in die Industrial Jests rein. Und dann fallen die hier unten hin. Das ist bei Ries. Das ist so krass bei Gamer. Das ist so krass bei Gamer. Das ist so krass bei Gamer. Das letzte Mal, nicht heute. Also wenn ich das letzte Mal da war, war das noch nicht da. Guck dir das an, ey. Also das find ich halt krass. Äh... Also da sah es halt, glaub ich, anders aus. Hier fallen jetzt die ganzen Mörder runter. Also der braucht nichts mehr machen. Der verdient einfach nur noch Geld, wenn er hier rumsteht, ne? Ja. Er muss sich nur noch einen Autoklicker installieren und dann hat der schon bald die 30 Billionen. Alles da runter. Alles da runter. Die Frage ist, wo fällt es denn dann hin? Das fällt alles da runter und dann fällt es da unten in die Kiste. Ich habe Autoklicker. Ich möchte gucken, wie viel Geld ich für 752 Barys bekomme. Was ist denn Autoklicker? Ist das... Ähm... Ich hab auch 100. Also ist das ein Markkurs, dass der automatisch irgendwas baut? Und... 18.000. Oh, krass. Hu! Geil ist das eigentlich, ne? So 18.000, das hört sich nach viel an. Also das ist schon ziemlich krass hier, was wir hier so sehen. Ich höre die Zwiebeln, die du mir gegeben hast, als Heilung gegen die Büffel da da. Das war echt nicht viel. Das habe ich auch gemacht. Ja und hat ein Herz hingebaut, schau mal. Die heilen zwar echt nicht viel, aber geht schon. Ich muss empfehlen, ähm, nämlich die Pizza, wenn ihr halt gegen Befalos kämpft. Weil... Und da drüben hat er einen Berge gemacht. Die geben viel Leben. Ich kann euch auch gleich welche geben. Ich hab noch 8 Stück, jeden 4. Und hier, guck mal hier auch. Da ist ein Blumen oder irgendwas? Da ist der drinnen erst noch. Wäre er nicht. Ich warte einfach bis ihr fertig seid mit eurem Kämpfen. Ist schon ein krasses Ding. Ist schon ein krasses Ding. Guck was beim Portal ist. Ich geh mal hin zum Portal. Also ich bin ein bisschen low, muss ich sagen. Das sind ganz viele Steine. Aha. Und ganz viele Blut. Und Obsidian, oder was ist das hier? Hm... Warte hat... Ich glaub das ist Obsidian, ne? Kann man das abbauen? Ich glaub das ist Obsidian, ne? Kann man das abbauen? Ich guck mal. Achso, ne. Das hab ich ja schon gesehen. Kannst du mir aus einem neuen Bufferlaut-Kristel reden? Also... Die meine ich zum... Loot. Ja, wo bist du? Also ich bin auch auf der Insel. Okay. Gamer hat auf jeden Fall ne richtig, richtig geile Sache gebaut. Muss man einfach mal sagen. Kann man schon mal so sagen. Achso. Wenn ich mir da meinen Turm hier angucke, das ist ja... Der hat auch mal so angefangen, denk ich. Aber das ist ja... Hey, das ist ja Deathmildi! Ja, der pfammt Eisen. Im Gamer hast du vielleicht 10 Gold für mich?